Hören. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Fünf vor halb drei. Fünf vor halb drei, danke. Bitte. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Fünf vor halb drei. Fünf vor halb drei, danke. Bitte. Nummer 1. Mensch Anton, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mein Auto ist kaputt und Züge fahren nicht mehr so spät nach Kirchheim. Komm, wir nehmen den Nachtbus. Dieser Bus fährt die ganze Nacht. Dein Auto ist ja wirklich eine Katastrophe. Nummer 1. Mensch Anton, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mein Auto ist kaputt und Züge fahren nicht mehr so spät nach Kirchheim. Komm, wir nehmen den Nachtbus. Dieser Bus fährt die ganze Nacht. Dein Auto ist ja wirklich eine Katastrophe. Nummer 2. Nummer 2. Der Schrank, der Schreibtisch und das Bett sind von meiner Mutter. Ach Anna, ich bin ja so glücklich. Nummer 2. Du Mona, ist die Wohnung aber schön und die Möbel. Einfach super. Ist das alles neu? Nein, nein. Nur das Sofa ist neu. Der Schrank, der Schreibtisch und das Bett sind von meiner Mutter. Ach Anna, ich bin ja so glücklich. Nummer 3. Nummer 3. Frau Peterfi, hier auf diesem Formular fehlt noch Ihr Familienstand. Was sind Sie? Ledig, verheiratet oder geschieden? Das müssen Sie noch ankreuzen. Ich verstehe nicht Familienstand und Ledig. Ich frage schnell meinen Mann. Er wartet da hinten. Miklos, komm mal. Nummer 3. Frau Peterfi, hier auf diesem Formular fehlt noch Ihr Familienstand. Was sind Sie? Ledig, verheiratet oder geschieden? Das müssen Sie noch ankreuzen. Ich verstehe nicht Familienstand und Ledig. Ich frage schnell meinen Mann. Er wartet da hinten. Miklos, komm mal. Nummer 4. Sind wir jetzt endlich fertig? Ich bin müde und habe Hunger. Ich möchte jetzt was essen. Ich gehe noch schnell auf die Post. Die ist neben der Bank. Ich brauche noch Briefmarken. Das geht ganz schnell. Dann gehen wir in ein Restaurant. Nummer 4. Sind wir jetzt endlich fertig? Ich bin müde und habe Hunger. Ich möchte jetzt was essen. Ich gehe noch schnell auf die Post. Die ist neben der Bank. Ich brauche noch Briefmarken. Das geht ganz schnell. Dann gehen wir in ein Restaurant. You're welcome. Ja, das geht ganz schnell. Ichurally dortaal. Nummer 5 Entschuldigung, ich kann hier keinen Preis finden. Was kostet diese Tasche denn? Diese Tasche? Warten Sie mal. Ah, normalerweise 96,95 Euro. Diese Woche haben wir aber Sonderpreise. Die Tasche kostet jetzt 69,59 Euro. Für diese Qualität ist das sehr günstig. 69,59. Das ist ein guter Preis. Danke. Wo kann ich die Tasche denn bezahlen? An der Kasse neben der Rolltreppe. Warten Sie, ich komme mit. Nummer 5 Entschuldigung, ich kann hier keinen Preis finden. Was kostet diese Tasche denn? Diese Tasche? Warten Sie mal. Ah, normalerweise 96,95 Euro. Diese Woche haben wir aber Sonderpreise. Die Tasche kostet jetzt 69,59 Euro. Für diese Qualität ist das sehr günstig. 69,59 Euro. Das ist ein guter Preis. Danke. Wo kann ich die Tasche denn bezahlen? An der Kasse neben der Rolltreppe. Warten Sie, ich komme mit. Nummer 6 Frau Pesch, sehen Sie doch mal. Hier ist ein Fax von der Firma Sabo und Sabo in Budapest. Von wann ist das denn? Hier steht ja kein Datum. Herr Winkler, das Fax ist vom 7. April. Das steht ganz oben, über dem Absender und neben der Uhrzeit. Nummer 6 Herr Winkler, das Fax ist vom 7. April. Das steht ganz oben, über dem Absender und neben der Uhrzeit. Nummer 6 Teil 2 Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Frau Gab, bitte kommen Sie ins Untersuchungszimmer 4 von Frau Dr. Herrmann. Nummer 7 Liebe Kunden, Sommer, Sonne, Sport. Auch wir sind dabei. Kommen Sie in unsere Sportabteilung. Hier können Sie einen Idadass-Fußball gewinnen im Wert von 75 Euro. Kommen Sie in den dritten Stock in unsere Sportabteilung. Nummer 8 Angleis 3 Angleis 3, bitte beachten Sie folgende Durchsage. Der Eurocity 3 Rembrandt nach Amsterdam, Abfahrt 15.30 Uhr, wird voraussichtlich 15 bis 20 Minuten später ankommen. Nummer 9 Vorsicht bitte! Eine Tür im zweiten Wagen der S-Bahn schließt nicht. Jemand steht in der Tür. Bitte gehen Sie einen Schritt zurück. Nummer 10 Sehr geehrte Kunden, wir wollen Sie darauf hinweisen, dass wir in fünf Minuten schließen. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg und danken Ihnen für Ihren Besuch. Teil 3 Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11 Herr Gardener, hier Tom Kölner von der Firma TIT in Düsseldorf. Können Sie mich bitte zurückrufen? Ich rufe an wegen des Termins am nächsten Donnerstag. Ich schicke Ihnen noch eine E-Mail mit meinen Fragen. Auf Wiederhören. Herr Gardener, hier Tom Kölner von der Firma TIT in Düsseldorf. Können Sie mich bitte zurückrufen? Ich rufe an wegen des Termins am nächsten Donnerstag. Ich schicke Ihnen noch eine E-Mail mit meinen Fragen. Auf Wiederhören. Nummer 11 Nummer 12 Sie hören den Anrufbeantworter der Praxis von Frauenarzt Dr. Marbert. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir sind für Sie da, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Nummer 12 Sie hören den Anrufbeantworter der Praxis von Frauenarzt Dr. Marbert. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir sind für Sie da, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Nummer 13 Claudia, hier ist Catherine. Also, Freitagabend-Disco ist okay. Können wir zusammen hingehen, bitte? Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Kannst du mich zu Hause abholen? Oder nein, besser treffen wir uns am Platz vor dem Bahnhof, unter dem großen Baum. Du weißt schon, dieser... Ach, wie heißt dieser Baum denn auf Deutsch? Nummer 13 Claudia, hier ist Catherine. Also, Freitagabend-Disco ist okay. Können wir zusammen hingehen, bitte? Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Kannst du mich zu Hause abholen? Oder nein, besser treffen wir uns am Platz vor dem Bahnhof, unter dem großen Baum. Du weißt schon, dieser... Ach, wie heißt dieser Baum denn auf Deutsch? Ja. Nummer 14 Piotr, Mensch, bist du wieder nicht zu Hause? Ich habe jetzt die Zeitung von heute. Der James-Bond-Film läuft am Montag um 18 Uhr und um 20.15 Uhr im CineStar 1 und am Dienstag um 19 Uhr im Kinopolis. Also, dann ruf mich an. Tschüss. Nummer 14 Piotr, Mensch, bist du wieder nicht zu Hause? Ich habe jetzt die Zeitung von heute. Der James-Bond-Film läuft am Montag um 18 Uhr und um 20.15 Uhr im CineStar 1 und am Dienstag um 19 Uhr im Kinopolis. Also, dann ruf mich an. Tschüss. Nummer 15 Guten Tag, Frau Rückner. Hier Frau Schneider. Ich fliege über das Wochenende nach London. Meine Schwester kümmert sich um meinen Hund. Können Sie bitte die Post holen und die Betten machen? Danke und bis Montag. Nummer 15 Nummer 15 Nummer 15 oderinander bis zum Arm charmed peschets berühmert sich um 20 Uhr. Nummer 15 Vielen Dank.